Ich verstehe dich nicht mehr. Du willst heiraten. Diese Nonne in dieser Zeit. Mitten in diesem Krieg. Wo Männer erschlagen werden ohne Zahl. Und Witwen gemacht und Waisen. Ich weiß es. Wo dir Vielmächtige im Reich die Schuld am Aufruhr geben und die Bauern dich Verräter schelten wegen deiner strengen Schrift. Selbst unsere besten Freunde verurteilen deine Härte. Du auch, Philippus. Die Welt hasst mich. Ich kann es nicht hindern. Luther lebt lustig, wird es heißen. Wo Deutschland seinen ganzen Verstand braucht. Seine ganze Kraft. Wenn du jetzt die Bohrer nimmst, bist du zum Spott der Welt. Und alle Teufel lachen drüber. Du machst... Du machst dein ganzes Werk zu Schanden. Du machst dein ganzes Werk zu Schanden. Wir fühlen den jüngsten Tag, Philippus. Da will Gott den Menschen antreffen in einem Leben, wie er es ihm hier auf Erden bestimmt hat. Und sein Werk und Wille ist es, dass ein Mann soll ein Weib haben. Lass zetern, schelten, lästern, wer da will. Ich will vor meinem Ende in dem Stand gefunden werden, den Gott erschaffen hat. Und nichts von meinem alten, papistischem Menschleben sollen übrig bleiben. Sollen übrig bleiben. Ich will Käthe zur Ehe nehmen. Allern Teufeln zum Trotz. Satan hasst diese Lebensweise. Drum wage ich es. im Namen des Herrn auf seinen Segen und seine Schöpfung hin. Ich bin dein. Du bist mein. Ich bin dein. Du bist mein. Was Gott zusammenfügt, soll kein Mensch scheiden. Weil denn Martin Luther und Katharina von Bora einander zur Ehe begehren und solches hier vor Zeugen bekennen. Darauf sie die Hände und Trauringe einander gegeben haben, so spreche ich sie ehrlich zusammen. im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. und das ist es. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und dies sage ich euch in dieser meiner Vorlesung über den ersten Brief des Apostels Johannes. darin wir manches finden, was uns selbst betrifft. Uns gibt man jetzt die Schuld an allem. Uns an allem, was Übles geschieht in der Welt. die Spaltungen im Glauben. Der Bauernaufstand vor zwei Jahren. Hätte ich solchen Tumult vorausgesehen, ich hätte meine Sache nicht angefangen. aber Gott hat mich geführt und mir ist verborgen. Der Bauernaufruhr! das ist nur ein Anfang gewesen von Gottes Zorn. Eine Warnung, dass Fürsten, Herren und Pfaffen das Evangelium freigehen lassen sollen. Aber sie toben dagegen und lästern es jetzt schlimmer als zuvor. Gottes Zorn fürchtig wird sie heimsuchen mit einer schärferen Rute. Denn er konnte Strafe bringen durch die Bauern. Wie könnte er da nicht plötzlich unter die großen Hansen fahren, dass sie zugrunde gehen, ehe sie es gewahr werden? Eins merket wohl. Ein jeder sehe zu, ob er vom Teufel ist oder von Christus. es gibt nichts dazwischen. Entweder wir sind unter Christus oder unter dem Teufel. Christus ist mächtiger als der Tod und hat mehr Waffen der Gerechtigkeit und des Lebens als Satan Waffen des Todes und der Sünde hat. Daran müssen wir glauben. Doch Satan jagt unseren Herzen Angst ein vor dem Tode und macht uns mutlos und stellt uns Gottes Zorn vor Augen und so läuft man aus lauter Angst vor dem Tod strax in den Tod hinein. Wir sind irdenes Gefäß. Aber in unserer Schwachheit haben wir einen der tritt für uns ein vor Gott Jesus Christus sein Sohn. Ich trage Gottes Zorn und ich habe gegen ihn gesündigt. Und wenn mein Christus mich im Stich lässt vor Gott wenn er mir nicht barmherzig ist wenn er mich Satan übergeben will. rührt ihn nicht an die Pest ist in der Stolz. Aua!